Halli, hallo, guten Morgen, meine liebe Freunde und Freundinnen, die Sonne scheint, blauer Himmel, jawohl, wunderbar draußen, allerdings ist es erst 17 Grad, wenn das so kühl bleibt, wird's heute nix mit die Pool, also mir ist das so egal, ich mag sowieso nicht in die La Puehl gehen, aber mein Fräulein, sie wird gerne gehen, nur die will nicht reingehen, wenn das Wasser so kalt ist, oder wenn es draußen so frostig ist, verstehe ich, also sie ist kein Warmduscher, das ist eher mein Herrscher, das ist ein Warmduscher, mein Fräulein nicht, aber zittern vor Kälte will sie auch nicht und dann sagt sie, dann tut der Nerv weh, also der Ichi, der Ichi, der Ichi, der Ichi-Nerv, nicht Ichi-Nerv, Ichi-Nerv, der tut ihr dann weh, an die Poporula, ja, wenn das Wasser so bröstlich ist und so. Und dann muss sie mit den Zähnen klappern, so. Ja, macht sie dann. Ja, macht sie dann. Ich witte nicht. Soll draußen bleiben, dann hat sie das Problem nicht. Draußen kann sie West anziehen oder Puttilova oder nur ein T-Shirt. Aber in jeder Pühle muss sie ja in das Badeanzug. Verstehe ich? In das Badeanzuglüpfe. Und das ist so fast nichts. Da ist sie nur von die Wuse bis runter an die Beben bedeckt. Alles andere stacke dich. Dann ist es ja kein Wunder, wenn die friere tut. Ja. Bei mir wird das ja anders dabei. Ich hab ja Fell. Aber ich geh nicht in den Nennen. Aber nicht freiwillig. So Freunde, euch wünsche ich auf jeden Fall einen wunderschönen Tag. Ne? Ja. Und ihr könnt euch so langsam und allmählich schon aufs Wochenende vorbereiten. Weil morgen ist schon Freitag und dann ist Samstag, Wochenende. Bis dann. Tschüss, euer Muckli mit der weißen Socke. Bitte. Bis zum nächsten Mal.